Ja, nach dem Fernpass, auf dem es gerade einen Unfall gegeben hat, zum Glück auf der Gegenspur, also, sind wir jetzt am Fernsteinschloss und natürlich in Österreich, das ist ein cooles Schloss, ist richtig um den Berg herum gebaut, man sieht, wie der Berg oben eigentlich auf dem Schloss drauf sitzt, finde ich richtig klasse, falls ich meine Stimme ein bisschen scheiße anhört, ganz einfach zu erklären, ich bin erkältet und gehe Skifahren, völliger Schwachsinn, aber hier in der Sonne ist ganz geil, aber wir laufen noch ein bisschen weiter, weil hier gibt es noch ein sogenanntes Taucherparadies, den Fernstein, Teich oder wie auch immer, See, und da laufen wir jetzt noch hin, bis gleich. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 156 ist diese brücke erbaut worden die ist schon 160 jahre alt ist ja übel und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie sich die Sonne im Wasser bricht, Hammer, oh blende das, ich habe zweimal die Sonne, seht ihr das auch? Das ist cool! Musik Musik Oh, sehr erfrischendes Wasser. Musik Und, warte mal, warte mal, ich habe noch eine Idee. Achtung, ein Wasser fällt ins Stein, ein Wasser fällt ins Stein, ein Stein fällt ins Wasser. Also, weiter geht's, bis später. Und, äh, später. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.